Es ist der Abend der Gentleman, der GQ Award in Berlin und er war der Stolzeste von allen. Til Schweiger kommt mit seiner neuen Freundin, der Amerikanerin Marlene Shirley, über den roten Teppich und plaudert zum ersten Mal über seine neue Liebe. Wie sieht es denn mit der Rollenverteilung aus bei Ihnen? In der Regel koche ich. Das ist ja eine klassische Rollenverteilung heutzutage. Ich kenne mehr Männer, die kochen können als Frauen. Seit wenigen Monaten sind beide ein Paar. Was liebt Sie an ihm? Sein großes Herz. Sein großes Herz und seine Ehrlichkeit. Und was nervt? Ungeduld. Wie ich nicht habe. Natürlich nicht. Am Abend bekommt Til Schweiger den GQ Award für sein Engagement mit der Schweiger Foundation, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Die Auszeichnung für seine Kochkünste gibt es sicher dann von Freundin Marlene. Die Auszeichnung für seine Kochkünste gibt es sicher dann von Freundin Marlene, die sich für Flüchtlinge einsetzt.